In einer Zeit, in der Menschen als Gegenstände angesehen worden sind. Es war der 1. April. Bei uns wurde nachts eingebrochen. Meine Frau wurde entführt. Nun hält mich nichts mehr vom Wege ab, diese wieder zu füllen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017